Wenn euch unsere Dokus gefallen, dann zeigt uns das gerne mit einem Like. Vergesst auch nicht uns zu abonnieren für weitere Videos und Informationen. Eure Fragen, eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Am Dienstagmittag, den 6.3. kommt es in Kalf zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Ein unbekannter Täter hat in einem dortigen Casino eine Flüssigkeit ausgebracht und war daraufhin geflüchtet und mit dem Auto verschwunden. Personen, die sich noch in der Lokalität aufgehalten haben, nahmen einen stechenden, unangenehmen Geruch wahr. Eine Person musste wegen Atemwegsreizungen ins Krankenhaus gebracht werden. Da es sich für die Feuerwehr um einen unbekannten Stoff bzw. um eine unbekannte Flüssigkeit gehandelt hat, wurde hier ganz normal, wie bei einem ABC-Einsatz, mit gewissen Schutzanzügen hantiert und vorgegangen. Weitere Informationen findet ihr wie immer unterhalb des Videos in der Videobeschreibung. von 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 der Videobeschreibung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020